heute ist freitag 23 oktober 2020 9 28 kaputt schon lang ein live video gemacht hier vor meiner fahrt von berlin friedenau bis hierher zum mcspensplatz guckt gerne mal rein bei normen specht und das lade ich jetzt auch bei youtube und bei tik tok und jetzt geht bei fitix da drüben im center trainieren hat einen schönen tag viel spaß und ich hab euch lieb und bis später